Fußball im Sportkassen-Waldstadion in Segnitz. Heute wieder Landesklasse Mitte und der BSV 68 Segnitz. Der Tabellenpünfte empfängt den Tabellenführer den SV Wiesnestal. Ich begrüße auch ganz, ganz herzlich die mitgereisten Fans, die bestimmt auch ihre Mannschaft über viele Punktspiele auswärts die Treue halten. So ist es auch bei unserem Publikum, bei unserem Segnitzer Publikum. Dafür gilt immer wieder ein Dankeschön. Und freuen wir uns heute auf ein großartiges Spiel. Wie immer geht der Spruch auf die Segnitzer Jens. Ich bleibe heute ganz gepasst. Das höchste Fußgängerdächtnis. Das höchste Fußgängerdächtnis. Das heutige Kunstspiel steht in der Leitung des Sportleumers Tobias Weithelk. Er wird Assister an der Linie von Max Nergau und Sven Fröchner. Aus! 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 Was er mit der Fünfspiel zwischen der BV 68 Segnus und der SV Wiesnitzahl. Was er mit der Fünfspielspiel im Start des Stadion, der BV 68 geht mit 1-0 in Führung, den Truffaut erzielt, hier hat der Maruhe, Vitaly Kanzler. 52. Spielminute, unsere Gäste gleichen aus, so ein 1-1, Turschützer mit der Nummer 19, Heiko Ruder. Und heute drücken wir uns wieder bei dem heutigen Spieltag. Sponsor ganz herzlich bedanken bei der Volksbank Conner EG, die dank der Sächsische Schleif. Vielen Dank, sagt der BV 68 Segnus. Und eine Zuschauerzeile von der Niederlande für die Sächsische Schleif. Gerne und bedanke mich auch im Lande des 68 Segnus. Vielen Dank fürs Kommen. Der Niederlande für die Sächsische Schleif. Der Niederlande für die Sächsische Schleif. Der Niederlande für die Sächsische Schleif. Niederlande für die Sächsische Schleif. Oh Mensch! Hold on! Schrauben! Ich schrauben! Das ist es. Schrauben! Ich schrauben! Ich schrauben! 1-2-2-1 im Brügel hat 3-4 mit dem Fahrstabt, Daniel Bauser. Frau Daniel Peck, 5, mit seinem 2-3-4 zum 2-1 für den PSV, bitte Nummer 1, Michael Kanzler. 1-2-1 im Brügel hat 3-4 mit dem Fahrstabt, Daniel Bauser. 1-2-1 im Brügel hat 3-4 mit dem Fahrstabt, Daniel Bauser. 1-2-1 im Brügel hat 3-4 mit dem Fahrstabt, Daniel Bauser. 1-2-1 im Brügel hat 3-4 mit dem Fahrstabt, Daniel Bauser. 1-2-1 im Brügel hat 3-4 mit dem Fahrstabt, Daniel Bauser. 2-3-2-1 in Brügel hat 3-4 mit dem Fahrstabt, Daniel Bauser. Nach einem wirklich dramatischen Konferenspiel darf ich Sie zum nächsten Einspiel beziehungsweise dass unsere Fans hier im Strockhausenwaldstadion wieder begrüßen. Dann wird zu Hause gegen S-Friente Hessenburg. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende, ein guten Tag Hausbeweg. Unseren Gästen aus Wiesnitz-Karl-Ebenpfalz, Reinhard Willer-Holk. In diesem Sinne sage ich Tschüss.